Florian Silbereisen gesteht Beatrice Igli. Ihre Liebe Längst ist ein berühmter Sänger in diesem Jahr über 40, aber er ist noch unverheiratet. Und seit mehr als 10 Jahren als Sänger ist er mit niemandem in Liebesgerüchte geraten. Long lebt ein ziemlich privates Leben auf Englisch und teilt selten über sein Privatleben in sozialen Netzwerken. Während seiner fast 20-jährigen Tätigkeit als Sängerin hatte Long noch nie einen Skandal. Nur sehr wenige Menschen arbeiten in der Kunstwelt ohne ein bisschen journalistische Tinte auf dem Defekt. Long ist ein perfekter Mann, den sich viele Mädchen wünschen. Als Mensch, der keine Gefühle hat Ein Leben, das niemand führen kann, ohne Gefühle für jemanden zu haben. Long ist derselbe, er ist ein gewöhnlicher Mensch wie viele andere auch. Er hat auch Gefühle der Zuneigung, aber Longs Gefühle gelten einem Mädchen, das bereits ihre andere Hälfte hat. Long liebt Beatrice Igli schon lange. Da ist Beatrice Igli gerade erst in die Kunstwelt eingestiegen. Beatrice Igli war damals eine schöne und talentierte junge Sängerin. Nur ein Jahr nach ihrem Berufseinstieg hat Beatrice Igli viele gute Lieder hinterlassen. Und wird von vielen Kollegen im Unternehmen geliebt. Und Long ist keine Ausnahme, er hilft Beatrice Igli oft bei der Arbeit. Nach einiger Zeit der Zusammenarbeit verliebte sich Long in Beatrice Igli. Aber als er seine Gefühle gestehen wollte, entdeckte er, dass Beatrice Igli eine Geliebte hatte, und behielt sie in seinem Herzen, ohne es zu sagen. So hat Long Beatrice Igli immer schweigend zugesehen und geholfen. Eines Tages lud ihn Beatrice Igli zum Essen ein. Long war sehr glücklich, aber er gab die Hoffnung nicht auf, als Beatrice Igli die Blume der Besitzerin war. Als er dort ankam, stellte er fest, dass Beatrice Igli gerade mit ihrem Freund Schluss gemacht hatte, und lud ihn ein, etwas trinken zu gehen, um seine Traurigkeit zu lindern. Tatsächlich steht Beatrice Igli in der Firma niemandem nahe. Nur Long betrachtet sie Long als ihren Bruder. Denn seit sie zu arbeiten begann, war es Long, die ihr bei jedem Schritt half. Sie ist dort angekommen, wo sie heute ist, auch Long sei Dank. In dieser Nacht dachte Long viel nach und wollte Beatrice Igli seine Gefühle gestehen, hatte aber Angst, dass Beatrice Igli sich weigern und die Freundschaft zwischen den beiden verlieren würde. Aber er wusste, dass er sie nicht bekommen würde, wenn er es ihr nicht sagte, also beschloss Long, Beatrice Igli seine Gefühle zu gestehen. Danke, dass du hier weitergehst. Lassen Sie uns gute Kommentare hinterlassen, um die Liebe zwischen Long und Beatrice Igli zu unterstützen. Lasst uns sie segnen und eine unterstützende Familie für Long und Beatrice Igli aufbauen. Und vergesst nicht, uns unten zu folgen, um uns dabei zu unterstützen, weitere Liebesvideos zwischen Long und Beatrice Igli zu machen.